Wo Leute von BR und der Christoph Krachten... Jo, Leute, was geht heute wieder in Leli-Vlog? Ja, mir geht's auch um alles cool und ich bin jetzt gerade wieder im Kaffee-Netzwerk. Ja, weil heute ist eine Veranstaltung von Interaktiv mit dem Kaffee-Netzwerk, ein Medien-Salon, wo Leute von BR und der Christoph Krachten von ClickZoom und von mir ist. Sie referieren heute über ein bestimmtes Thema über YouTube allgemein und Jugendangebote auf YouTube und alles so und dran. Und ja, dann nehme ich euch jetzt als Sprechen mit und mal gucken, was jetzt doch so heute passieren wird. So sagen, bis bald. 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 Hoi! Hoi!